Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. PayPal ist nach den Quartalszahlen so richtig abgeschmiert. Was ist da genau vorgefallen und ist die Aktie jetzt völlig am Ende und sollte man die Aktie besser verkaufen? Das wollen wir jetzt zusammen in diesem Video besprechen. Bleibt also dran, es wird super spannend. Bis gleich. Yo, als PayPal-Aktionär, da hatten wir es wirklich nicht leicht aktuell gerade. Und jetzt kamen ja die Quartalszahlen heraus und dann ging es nochmal im Aktienkurs so richtig nach unten mit über 11%. Und dann gab es ja noch den Innovation Day vor gut zwei Wochen. Da hatte ich ja auch ein Video darüber gemacht und der kam ja auch nur so durchwachsen an. Und dann waren natürlich die Erwartungshaltungen schon relativ groß. Wie fallen die Zahlen jetzt aus? Beziehungsweise wie sieht der Ausblick aus? Der ist natürlich viel, viel wichtiger dann. Kann man da schon was abschätzen, inwieweit sich diese ganzen Neuheiten dann auf die Zahlen auswirken werden? Fangen wir aber erstmal mit dem Aktienkurs selber an. Hier sehen wir den 6-Monats-Chart auf Tagesbasis. Und da sehen wir schon das Drama, hier dieser große Absturz. Aber insgesamt muss man halt auch sagen, in den letzten 6 Monaten hat man mit der Aktie überhaupt kein Geld verdient. Die läuft im Wesentlichen seitwärts mit Hochs und mit Tiefs. Und aktuell notiert die Aktie bei 56,42$. Und hier sehen wir es noch. Gestern hat die Aktie mit über 11% Minus dann geschlossen. Also alles andere als besonders positiv. Aber was wurde überhaupt gemeldet? Das können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Beziehungsweise was wurde erwartet? PayPal hat ein Gewinn pro Aktie von 1,48$ gemeldet. Und erwartet waren aber nur 1,36$. Und beim Umsatz haben sie 8 Milliarden US-Dollar gemeldet. Und erwartet waren aber nur 7,88 Milliarden US-Dollar. Man sieht also, sie haben sogar die Erwartungen übertroffen. Und trotzdem kam es zu dieser negativen Kursreaktion. Und um das zum Verstehen, müssen wir natürlich tiefer in die Zahlen eintauchen. Und deshalb schauen wir uns jetzt hier mal den Quartalsbericht ein wenig näher an. Hier sehen wir noch mal die Zahlen. Also es wurden 8 Milliarden US-Dollar gemeldet für das Q4-23. Auf Non-Gap-Basis waren es eben diese 1,48$. Und auf Gap-Basis, ich schaue in der Regel eher auf die Gap-Zahlen, waren es 1,29$ Gewinn pro Aktie. Und das waren eben die Zahlen für das Q4-23. Und mit dem Q4-23 wurde auch das Fiskaljahr 23 abgeschlossen. Und hier sieht man, da hatte PayPal ein Wachstum bezüglich dem Umsatz von 8%. Und das waren dann 29,8 Milliarden US-Dollar. Und ein EPS von 3,84$. Hier muss man aber dazu sagen, hier gab es zwei Sondereffekte. Sie haben zum einen Happy Returns verkauft. Und dann hatten sie auch noch Einnahmen aus ihren strategischen Investments. Und wenn man das herausrechnen würde, dann würde man auf ein EPS von 3,49$ kommen. Was dann bei dem aktuellen Kurs einem KGV von ungefähr 16 entspricht. Also die Aktie ist alles andere als wirklich besonders teuer, finde ich zumindest. Und die Zahlen an und für sich waren jetzt nicht schlecht. Die können natürlich immer besser sein. Aber so richtig diesen starken Abverkauf begründen diese Zahlen zumindest nicht. Schauen wir uns die Zahlen nochmal bezüglich auch den Margen ein bisschen genauer an. Da gibt es diese Aufstellung hier. Also die Transaction Margin ist im Prinzip die Bruttomarsche. Die wird jetzt hier nicht in Prozent angegeben, sondern auf Dollarbasis. Sieht man schon, ist im Jahresvergleich ungefähr gleich geblieben. Das ist ja so ein bisschen ein Problem bei PayPal, dass die Bruttomarsche stetig fällt. Aber die wurde einigermaßen stabilisiert. Und die operative Marge hat sich sehr gut entwickelt. Jetzt im Jahresvergleich von 16,8% auf 21,5%. Das hat man ja schon im letzten Quartalsbericht gesehen, dass PayPal versucht, die operativen Kosten zu senken. Und das ist erfolgreich auf jeden Fall. Deshalb hat sich die operative Marge hier positiv entwickelt. Und dann haben sie auch noch angekündigt, dass sie einen Personalabbau von 9% durchführen möchten. Das heißt, auf der Kostenseite sollte sich das Ergebnis dann auch im Fiskaljahr 2024 dann eigentlich verbessern. Das heißt, die Margenseite begründet diesen Abverkauf dann auch nicht, beziehungsweise diesen Absturz. Was immer wichtig ist bei PayPal, ist die Anzahl der aktiven Accounts. Da können wir hier auch in diesem Bericht nach unten gehen. Da müssen wir ganz nach unten gehen. Dann zählen wir hier die Aufstellung. Und hier, das ist der erste negative Punkt. Da gab es jetzt einen Rückgang von 2% auf 426 Millionen aktive Accounts. Das heißt, die ganzen Umsatzsteigerungen kamen dadurch zustande, dass pro Nutzer mehr Umsatz und Gewinn gemacht wurde. Aber es kamen keine Nutzer hinzu. Und das ist natürlich negativ. Es ist natürlich einerseits positiv, dass die Nutzer, die PayPal nutzen, dann mehr Umsatz machen. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn man hier auch eine Steigerung dann mal sehen würde. Das Entscheidende jetzt für den Absturz, da müssen wir in den Outlook, beziehungsweise in die Guidance schauen. Die Guidance ist hier ganz oben in dem Bericht. Und die sehen wir hier. Für das Fiskaljahr 2024 erwartet PayPal einen Gewinn von 3,60 Dollar pro Aktie. Und wir haben es ja gerade gesehen, im letzten Fiskaljahr waren es 3,84 Dollar. Und wenn man das jetzt einfach sich so anschaut, wäre es sogar ein Gewinnrückgang. Allerdings, hier stehen die zwei Sondereffekte, die ich ja auch schon erwähnt habe. Zum einen haben sie Happy Returns verkauft und zum anderen eben diese Einnahmen aus diesen strategischen Investments. Und dann wären es 3,49 Dollar pro Aktie. Und wenn man das dann als Basis nimmt, dann hätte man so ein Wachstum von circa 4 Prozent. Und das ist natürlich nicht besonders viel. Und das begründet dann schon eher diesen Rückgang, diesen starken Rückgang. Weil im Endeffekt gibt es ja dann praktisch kein Wachstum mehr. Weil 4 Prozent, das liegt ja im Rahmen der Inflation. Und das ist natürlich für ein Wachstumsunternehmen viel, viel zu wenig. Und wenn PayPal mit einem höheren KGV gehandelt werden soll, dann müssen da andere Zahlen natürlich gemeldet werden. Und ansonsten ist die Aktie, finde ich, nach wie vor fair bewertet. Sie ist nicht überbewertet, aber sie ist auch nicht wirklich unterbewertet. Und die große Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, was ist denn jetzt mit den ganzen Innovationen los? Die müssten doch an für sich zu einem Gewinn- bzw. Umsatzwachstum führen. Und genau das wurde natürlich auch im Earnings Call gefragt. Und deshalb lohnt es sich natürlich immer auch, diesen Earnings Call sich anzuhören. Das fände ich extrem wichtig. Den Earnings Call gibt es auch auf YouTube. Das hat den Vorteil, wenn man nicht so gut Englisch kann, dann kann man die Untertitel anschalten und sich das automatisch übersetzen lassen. Und dann kann man, denke ich mal, trotzdem diesem Earnings Call ganz gut folgen. Und genau diese Frage wurde natürlich auch im Earnings Call gestellt. Das heißt, wann kann man diese ganzen Innovationen dann auch wirklich in den Zahlen sehen? Und hier hat der Alex Chris gesagt, dass diese Neuerungen jetzt hier in der Guidance noch nicht abgebildet sind. Und sie selber erstmal abwarten möchten, wie sich das dann auswirkt. Das heißt, sie stapeln hier eher ein bisschen tief, zumindest meiner Meinung nach, weil sie sollten an für sich schon Daten haben. Weil die haben ja die ganzen Innovationen schon im kleineren Rahmen in Pilotprojekten ausgerollt. Das heißt, sie müssten auch Daten haben, um eine Prognose zu machen. Aber sie wollen damit einfach noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Und das ist natürlich Gift für Aktienkurse, weil damit ist man ziemlich gerade als Außenstehender im Blindflug. Man weiß überhaupt gar nicht, wie sich das Wachstum in den nächsten zwölf Monaten bei PayPal und darüber hinaus entwickeln wird. Und Unsicherheit führt natürlich immer zu Kursrückgängen, weil die Börse preist Informationen ein und haben diese Informationen in hohe Unsicherheit. Dann gibt es in der Regel natürlich einfach auch immer große Abschläge. Das weiß jeder, der an der Börse ist. Und damit lässt sich dieser Kursrückgang auch, finde ich, sehr gut begründen, was da genau passiert ist und warum es zu diesem Kursrückgang kam. In dem Earnings Call gab es aber noch weitere interessante Informationen, weil es hat nochmal meinen Eindruck bestätigt, den ich ja schon in den letzten Videos zu den Quartalsberichten genannt hatte. Und zwar bin ich der Meinung, dass PayPal einfach mittlerweile ein sehr träger Konzern wurde. Und da gab es auch zwei Aussagen in diesem Call, beziehungsweise der Alex Chris hat es im Endeffekt direkt schon so gesagt, dass PayPal in den letzten Jahren extrem viel zugekauft hat. Und dadurch aber sehr viele Inseln im Endeffekt entstanden sind. Und es hat diese Jamie Miller, das ist ja die neue Finanzvorständin, auch nochmal gesagt, dass PayPal einfach zu viel parallel macht und dadurch einfach auch den Fokus ein bisschen verliert. Ich habe mir auch nochmal die Übernahmen angeschaut, die PayPal in den letzten Jahren getätigt hatte. Und das sind wirklich sehr viele. Fast jedes Jahr wurde hier irgendwas übernommen, also bis 2021. Und hier sehen wir nochmal Happy Returns. Wurde 2021 gekauft und wurde jetzt dann 2023 verkauft. Also hier sieht man schon, der Alex Chris hat hier schon recht. Und wenn diese Integrationen natürlich nicht gut gemacht werden, dann holt man sich hier viele Kosten ins Haus, die dann aber wenig Ertrag bringen. Und das ist für mich die große Wette bei PayPal. Tatsächlich schafft das Management hier aus diesem Konzern wieder einen agilen, innovativen Konzern zu machen. Das ist auf jeden Fall möglich. Da gab es ja immer wieder Beispiele, wo das auch gelungen ist. Die besten Beispiele sind Apple und Microsoft, sind mittlerweile die zwei größten Unternehmen der Welt. Und wenn man sich einfach mal den Kurs von Microsoft an, von 2003 bis 2014, dann sieht man auch hier, dass der extrem lange Seitwärts lief. Und erst nachdem dann der Zaya Nadella ans Ruder kam, wurde aus Microsoft wieder eine richtige Erfolgsstory. Es gibt aber noch andere Unternehmen, wo das gelungen ist, zum Beispiel AMD. AMD war auch lange Zeit sogar ein Pleitekandidat. Und dann kam die Lisa zu und hat den Laden übernommen. Und seither ist auch AMD eine Erfolgsstory. Also man kann auf jeden Fall aus einem trägen Konzern auch wieder innovativen Konzern machen. Vor allem bei diesen Tech-lastigen US-Konzernen, denke ich mal, ist die Chance gar nicht so niedrig, dass das gelingt. Weil da die Entwicklungszyklen auch gar nicht so lange sind. Wenn man jetzt einfach mal so einen Tech-Bereich einfach mal annimmt, dass so ein gewöhnlicher Entwicklungszyklus bis was Neues wieder herauskommt, so irgendwo vielleicht bei zwölf Monaten liegt, plus, minus. Dann hat man halt natürlich auch alle zwölf Monate die Chance, wieder neu anzufangen. Und so ähnlich ist das natürlich bei PayPal auch, weil das natürlich auch ein sehr technologielastiger Konzern ist, sehr softwarelastig. Und da kann man dann auch schneller wieder das Ruder herumreißen. Aber das ist die große Wette, die man da hier jetzt aktuell eingeht, schafft das Management tatsächlich diesen Konzern umzubauen. Ich habe nach wie vor von diesem neuen Management einen guten Eindruck und deshalb werde ich auch weiterhin investiert bleiben. Ich mache mir jetzt da auch gar keinen Druck, diese Aktie jetzt zu verkaufen, weil ich denke, dass es nicht mehr allzu lange dauern sollte, wo man wirklich fundiert eine Entscheidung treffen kann, ob hier ein Turnaround abzusehen ist oder ob das wirklich jetzt eine Aktie wird, die in den nächsten Jahren weiter seitwärts laufen wird. Weil das ist die andere Seite. Ich sehe jetzt auch nicht so das hohe Risiko, dass es hier wirklich nochmal einen sehr starken Abverkauf geben wird, sondern ich denke eher mal, dass jetzt auf die nächsten sechs Monate PayPal eher in diesem Seitwärtskanal bleiben wird. Da wird es dann mal hochscappen, da wird es dann auch wieder tiefscappen. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, ist die Chance nach oben höher als das Risiko nach unten, zumindest ist meine Einschätzung. Und das Problem ist ja auch immer, dass man dann auch sehr schwer reinkommt, wenn jetzt tatsächlich das sich in irgendeiner Form abzeichnen sollte, dass hier PayPal wieder auf einen Wachstumspfad kommen könnte, dann wird die Aktie auch extrem schnell drehen und dann ist es halt auch immer extrem schwierig, da wieder reinzukommen, zumindest psychologisch. Es gibt natürlich Leute, die schaffen das, aber ich gehöre da in der Regel nicht dazu. Ich versuche diese Timings deshalb auch gar nicht erst einzugehen, sondern ich bleibe einfach investiert. Schauen wir die Aktie regelmäßig an. Und wie gesagt, die Chance nach oben ist höher aus meiner Sicht als das Risiko nach unten. Deshalb bleibe ich da erstmal investiert. Das ist zumindest mein Vorgehen. Aber was ist eure Meinung dazu? Denkt ihr, dass PayPal in den nächsten 12 Monaten ein Turnaround hinlegen kann? Oder glaubt ihr, dass PayPal sogar noch weiter abstürzen könnte? Schreibt es einfach mal in die Kommentare hinein. Das soll es erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.